Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Dann hat er so ganz in 100 Uhr geredet mit seiner Elfer und seiner Freundin, und er ist schon mal in der Schule gebraucht. Ja, genau. Ich weiß, dass ich doch eigentlich jeden Tag in der Schule darf abschauen, dass die Gemeinde noch was zu tun ist. Dann sage ich, die Freundin tut mir jetzt auch nichts ein, aber das können wir uns auf jeden Fall belassen. Wir kommen morgen auf jeden Fall als allererster von den Arztagern und reden die Dinge darüber, und irgendwie kriegen wir das schon hin. Okay? Also, nicht nur nur von mir, die Kinder zusammen, okay? Ja, genau.